Norddeutscher Rundfunk 2021 Lagergelny Kein Fliegeralarm? Danke! Lass uns los! Du kannst diese Menschen nicht sich selbst überlassen, sie wären verloren! Maria! Bei uns ist er tot. Er sieht immer anders aus, aber immer ist er da. Seit über einem Jahr leben wir hier. Man hat uns vergessen. Zehn Kilometer von hier bei Gelnick ist ein elektrisches Schlitzpunkt. Am besten kommen wir nach Saar. Der Mensch will nur leben. Und er wird sich überall, in der ganzen Welt, mit all den Menschen zusammentun, die gleich ihm ans Kreuz des Krieges geschlagen wurden. Tja, Tja, Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020